willkommen zurück eine neue folge monster train wir haben in der letzten folge quasi das spiel zerstört mit der kombination schmelzende relikte und umbra am anfang hatte ich ein zwei fehler gemacht dann war es bei einem dings mal ein bisschen unglücklich bei einer runde mit der starthand aber am ende hat alles gepasst und funktioniert und wir haben packdrang 21 direkt nach packdrang 20 erfolgreich abgeschlossen heute geht es darum packdrang 22 zu absolvieren und dafür haben wir jetzt die folgende kombination stückische wache und schmelzende relikte ok dann probieren wir das doch mal aus die wache schmelzende relikte so titan schreck denke ich noch nicht so viel sinn solgard macht etwas mehr sinn mit seinen splittern jetzt ist die frage nehmen wir das restwachs ne ich denke hier brauchen wir definitiv die es das reanimieren das reformieren der einheit miniboss haben jetzt auch noch mal mehr leben hier seht ihr noch mal die ganzen packdränge aufgelistet drei stück fehlen da noch 23 24 25 mal sehen mit welchen kombinationen wir es schaffen die 22 hier zu besiegen so wir haben als gegner daedalus der professor und seine bomben kommen mit schadensschild ins spiel ok wir haben arkus verkörperung der finsternis mit den splittern zauber verteuerung der zauber auf der hand und lasten karte und sehr auf der zugenhafte der bachs und die bachstabeln wegnimmt das ist nicht so toll weil unser solgard ja auf splitterstabeln setzt ok was haben wir denn opfer meuge ist gut können wir karten abwerfen haben auch schon einen zehren zauber mit drei zernstabeln achso das wirft ne karte auch noch ab ok und die reinigungskur für die ausbrennen einheit cool dann gehen wir heute bei seraph ist es glaube ich heißt das seraph solgard solgard ist es glaube ich sinnvoll erstmal das artefakt zu wählen chancen von 50 prozent einer gegnerischen einheit schwindel zuzufügen das ist denke ich ganz gut und was können wir hier machen okay wir können die stasis leider nicht aufrechterhalten wir könnten durch die verzauberung füge der vordersten gegnerischen einheit drei schaden pro splitter zu wenn er seine aktion startet oder rache das heißt wenn er schaden nimmt wende ein frost schaden pro splitter auf gegnerischen einheiten an das kriegen dann alle einheiten dafür muss er aber auch schaden nehmen 15 leben hatte gerade mal es ist halt nur die vorderste gegnerische einheit die ja meistens mehr damage hat deswegen werde ich mal das mit dem frost schaden verwenden vielleicht ja die dornen dürften uns nicht so wehtun vielleicht werden ja ein paar mit schwindel besetzt und ich kann dann hier ordentlich frost schaden austeilen ja genau so wie ich mir gedacht habe mit dem schwindel ähm okay dann setzen wir unseren sehr hart hier unten hin genau das ist hier eine kapazität in der mitte weniger äh drei zehren stapel ja gut wenn gar keiner angreift bringt das halt auch herzlich wenig das können wir schon mal anwenden damit würden alle dann sterben kriegen wir irgendwie den schaden von ihm ein bisschen nach unten ich glaube eher weniger naja dann kriegt er keinen schaden da kriegen die kein dings den zugbegleiter würde ich einfach mal hier oben hinspielen um zu hoffen dass ein äh sagt es mal dass ein na so ein sammler kommt so wenn ich jetzt das ihm ausbrennen gebe das bringt mir glaube ich nicht viel dann verliert er seine stacks oder weiß es nicht wir werden erst mal den auf null setzen einfach nur um noch einen zweiten stapel zu bekommen okay toll das ist äh so gelaufen wie es nicht hätte laufen sollen ähm er wird jetzt sterben und äh weil keiner hier diese 50% Chance ist irgendwie bei keinem eingetreten wie hoch ist eigentlich die wahrscheinlichkeit dass das nicht eintritt die ist bei einem halb ein viertel ein achtel sechzehntel eins zu zweiunddreißig ist die chance dass bei keinem schwindel eintritt naja ich werde ihn trotzdem mal weiter hoch buffen einmal setzen wir hier den frost schaden dass er hier äh dass der sammler gekillt wird so dann will ich ihn mal wieder beleben und mal gucken was dann passiert ob er seine stacks behält ne der fängt wieder bei null an das ist ja wieder totaler blödsinn okay setzen wir hier unseren zugbegleiter und mehr können wir nicht machen aber das ist kompletter müll muss ich ehrlich mal zugeben gut dann reformieren wir ihn nochmal gut er haut zumindest ordentlich frost stapel auf aber dass er dann seine stapel verliert wenn er stirbt das ist halt echt Käse muss ich ehrlich mal so sagen gut ich kann halt jedes mal wieder reformieren toll hier oben ist ja alles voll ja ich kann halt einfach reformieren aber erstens mal hätte ich den als erstes reformieren sollen da gibt es halt nochmal frost stapel und dann stirbt er einfach ah das äh das passt mir ja schon wieder gar nicht so richtig naja ok ersten boss konnten wir noch ganz gut handeln so ja nehmen wir den dank des titanen bisschen damage machen und den wachser fallen und dann hoffe ich mal auf gute relikte einheiten ja ok der doch bloße taikun ist in ordnung aha das ist ne gute kombination preiswerter machen und ein behalt wo haben wir es ein behalt so 20 magische kraft und verbrauch auch eh dann lassen wir es halt einmal richtig knallen ist ok so weiter gehts 10 rüstung alles klar nehmen wir mit 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 8 8 8 9 9 10 9 10 10 10 11 11 12 15 15 16 15 16 16 Jetzt kriegt nur einer Damage und das ist von unserem Tycoon, der schafft ihn nicht zu besiegen und damit kriegen wir auch keine Müssen. Alter, ein Quatsch hier. Okay. Jetzt sind hier wieder alle drei mit Schwindelbeleg, das ist der Bullshit. Naja, trotzdem, wir kriegen sie besiegt, weil er so viele Stacks hat, aber irgendwie gefällt mir das überhaupt nicht, wie das hier funktioniert. Okay. Naja. Wir werden sehen, wie sich das so entwickelt. Opfergabe. Einheit reformieren. Eine Dame des Hauses. Weiter Relikteeinheiten. Ah, ich habe eher gehofft, dass ich so einen Attentäter kriege. Na gut. Gehen wir auf die Barone. Hoffentlich können wir die dann auch mal verbessern. Hier wäre ein Waffenhändler, aber hier ist noch ein Reliktenbanner. Okay. Artefakte. Wenn eine Karte vor dem Ende des Zuges abgeworfen wird, erhalte eine Glutasche. Ne, wir nehmen mal die Preisverringerung bei einem Händler. Okay. Zwei Drohnen. 150 Münzen. Alles klar. Au, unser Blutasche. Nicht, dass das jetzt ein Fehler war und ich quasi direkt verliere beim ersten Pass. Kann gut möglich sein. Genau, die Bombe muss natürlich hier unten mit platziert werden. Das ist klar. Okay. Ja, gleich noch eine Bombe. Selbstverständlich. Ah, jetzt sind wieder genau die mit Schwindel belegt, dass uns keiner angreift. Es ist hier alles nicht so sinnvoll irgendwie. Besser nicht. Die Bombe bleibt jetzt hier als erste stehen. Das ist auch super. Was ein Blödsinn. Was ein Blödsinn. Was ein Blödsinn. Was ein Blödsinn. So kriegen die eigentlich nur fünf Frostschabeln. Ich hab doch hier fünf Splitter. Die müssen wir eigentlich, ach ne, einen Droh Splitter. Ok. Ich mach mal hin. Ich muss mal nachholen. Ich muss jetzt mal hoch. Ich hab wieder keiner an. Na ja. Ich werfe hier überall eine Karte ab. Das ist alles irgendwie, wie ist das? Na ja. Na ja. Das ist das beste. Das ist das beste. Okay. 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 Froststapel sind zwar an sich ganz schön viel, aber die müssen halt auch erstmal irgendwie hier zum Tragen kommen. Das war die falsche Karte. Ich kann hier keinen hinsetzen, aber er stirbt. Das ist das Gute. Am letzten Froststapel, wenn das hier schon so eng ist. Das wird noch was, das wird noch was. Wir haben ja viel dieser Einheit. Was heißt, übertrage den gesamten Frostschaden auf dieser Ebene auf eine Einheit. Verdopple dann die Menge an Frostschaden. Okay, probieren wir einfach mal. Zauberanfälligkeit, hier noch mehr Frostschaden. Und zu mehr Blutasche. Okay. Karten loswerden. Die Zugbegleiter. Wieder kein Attentäter. Noch ein Tycoon. Ja komm. So. Was haben wir denn hier? Plus 10 magische Kraft. Okay. Minus 1. Ja, hier probieren wir. So. Okay. So. Das kann das. ein frostschaden pro splitter oder hier gehen wir jetzt auf die stase das ist denke ich besser weil dann hat er auch ein bisschen stats und greift auch mal an und so ok auf jeder ebene das können wir uns nicht leisten da sind wir gleich tot wir müssen jetzt auf jeden fall die monster mal verbessern das braucht maßmann nicht hier kommt unsere dame des hauses hin so jetzt ist er auch frei und kann ein bisschen was machen auch dann kommt man da ich habe schon mal ein schon mal ein Die sind alle noch so verdammt schwach. Das gibt es doch gar nicht. Ihr kriegt den nicht mal down. Naja. Ein Frostschaden zu wenig, das ist echt lächerlich. Zumindest haut es hier unten jetzt schon mal besser rein. Okay, Zugbit leider kann man nicht gepaumen. Ah, hier unten stirbt zumindest schon mal alles, das ist gut. So, mit der Atempause. Dann wollen wir uns anstrengen da mit des Hauses wieder. Ausbrennen auf dem Sol Guard war vielleicht jetzt nicht gerade die beste Idee. Das hätte ich vielleicht auch die EDIT machen sollen. Dann kriegt er halt den doppelten Schaden ab. Auch in Ordnung. Reicht. Okay, interessante Spielweise. Die Frage ist, wie lange geht das gut? Wir brauchen auf jeden Fall stärkere Einheiten. So. Komm, wir nehmen mal das Teil damit. Bestimmt eine gute Kombination. Ja, hier lassen wir mal. Jawohl, das Teil ist auch noch gut. So. Ja, jetzt haben wir wieder nichts um unsere Einheiten zu verbessern. Ist echt schlimm. Aber die Dinger können wir zumindest loswerden. Was gibt es denn für Artefakte? Zwei. Das ist Käse. Ist auch Käse. Ah, viele vom Auszauber. Das ist glaube ich der einzige, ne? Komm, wir gucken einfach hier nochmal. Das am Anfang kann gut sein. Das ist gut. Okay. Gut. Na ja. Ach du Scheiße. Und 15 Rüstung. Ne, das kann ich mir vielleicht gar nicht erlauben. Ah, okay. Die stirbt ja gleich, wenn ich die nehm. Ah, ich habe doppelte IQ in Action oder was? Die ist jetzt noch hier oben eben. Problem ist, der erste stirbt ja auch schon. So, damit das Haus ist, das wir hier auch mal ein bisschen Damage einbringen. Da hast 3 Splitter. Na ja. Okay, die beiden sterben. Wir können erstmal eine Einheit reformieren. So. Noch eine Einheit reformieren. Komm, da lassen wir den ersten killen. Was einer zumindest überlebt. Okay. Also schon schwierig genug. Das ist gut. Das ist gut. Okay. Ich glaube, dann machen wir das lieber mal so. So. Ach, das war wieder bekloppt von mir. Jetzt kriegen die ja gar keinen Stabler. Jetzt kriegen die ja gar keinen Stabler. Jetzt kriegen die ja gar keinen Stabler. Und so. Dann machen wir das. Jetzt müssen die ja gar nicht mehr kommen. Okay. Jetzt kommt das noch. Dann kommt das noch mal. Okay. Das ist gut. Okay. Der hat Schwindel, dann für zwei Runden. Die Runden sind auf der Dere oben beim Boss sterben eigentlich. Ja, müsste passen. Okay, gucken wir uns das mal an. Ah, perfekt. Zurück kann ich schon gar nicht mehr platzieren. Ich glaube ich brauche dann doch ein bisschen mehr Kapazität am Ende. Wir müssen viel mit Schwindel und dem ganzen Blödsinn arbeiten. Gut, wir müssen jetzt mal unsere Einheiten verstärken. Flink ist schon mal gut für unsere Dame des Hauses. 25 mehr Leben für unseren dortlosen Verholen. So, nächste Angebote. Endlos. Ich brauche mal 25 mehr Leben. Ich brauche mal ein bisschen mehr Angriff hier. Zwei Rüstung. Die braucht halt sowas wie Angriff. Komm, hier. Okay. Okay. Ist ja nochmal so ein Waffenbändler. Ja. Okay, wir müssen aber erstmal den zweiten Boss besiegen. Das wird jetzt schon schwer genug. Wenn eine Einheit stirbt. Und die Hand zauber. Okay. ist es nicht mehr so ein Waffenbindler. Ah, das ist ja so ein Waffenbindler. Ich brauche viele Handzauber jetzt, dass ich hier irgendwas sinnvoll machen kann. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, dann haben wir jetzt überhaupt keine Chance. Ich dachte ja zumindest, dass er noch mit angreifen kann, aber wenn die Stase dann beim Wiederbeleben auch wieder aktiv ist, das ist ja kompletter Bullshit. Na, jetzt mal ehrlich. Ja, okay, die Kombination kannst du halt wirklich vergessen. Das war's für heute. Also ich wüsste jetzt nicht, wie man mit dem Bild hier irgendwas sinnvoll reißen sollte. Das ist wirklich sinnlos hier. Okay. Also damit ist diese Kombination auch Geschichte. Eine der schwächsten irgendwie. Äh, frau mich, wie ich damit Packprang 12 geschafft hatte. Keine Ahnung. Okay. Parken wir ab. Geht die nächste. Geht die nächste hoffentlich weiter. Ähm, Packprang 13 wäre jetzt die folgende. Höllenhörner Umbra. Höllenhörner Umbra. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir, äh, den nächsten Angriff auf Packprang 22 unternehmen werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.